Okay, hallo Leute, ich reagiere auf Jume, nee, frag einen Schwulen, einfach nur Till über sein Leben, als schwuler YouTuber. Ja, also ich sag eigentlich nicht gerne das Wort schwul, sondern homosexuell. Schauen wir mal rein. Info, warte, warte. Info, dieses Video soll niemanden verletzen und dient, ausschließlich zur Unterhaltung. Die folgenden Szenen sind ironisch und nicht ernst gemeint. Ich bin Till, 13 Jahre alt, komme aus Nordrhein-Westfalen und bin schwul. Ja, Till, du hast mit dir Hintergrund gemacht, Blün. Frag einen Schwulen. Angelos Mann. Was? Angelos Mann. Was als ob? Schämst du dich nicht schwul zu sein? Also, ich bin jetzt nicht schwul, sondern hetero. Aber ja. Schämst du dich nicht schwul zu sein? Ja, manche, ja doch eigentlich. Was jetzt? Ich schäme mich schon. Ich schäme mich. Kannst du sagen, ja. Bleh. FF Fresh fragt... FF Fresh, was ist das? Sind Schwule wie Hunde? Ja, kann man so sagen. Schwule kann man als Hunde. Ich frage, wer ein Schulprojekt fragt... Wie findest du Schemails? Ich habe so keine Meinung dazu. Ich meine, kann man machen, wenn man Geld los ist, aber muss nicht. Luca ungefähr fragt... Wie tief kriegst du eine Banane rein? Pfff. Was? Alter, das ist so tief. Das kann man gar nicht mehr messen. Das sind so bestimmt ein paar tausend Meter. Bleh. Zikotter fragt... Bleh, als ob. Also, Zikotter ist eigentlich kill. Aber da hat seinen Kanal geändert und so. Würdest du lieber beglücken? Trump oder MC Squared? Bleh. Schwierige Frage. Aber ich glaube, ich würde definitiv... Gott, er ist schon so ein disgusting Boy. Ich glaube, der ist auch tot mittlerweile. Deswegen würde ich doch ein Trump nehmen. Nein. A Nintendo fragt... Bleh, als ob. Als ob. Nein. Er nimmt einfach meinen alten, toten Kanal. Wie findest du schwarze... Was? Wie findest du schwarze Mambas? Also, Mambas, schwarze Winste sind schon ganz geil. Aber dann müssen die auch schon so 30 Meter lang bleiben. Ab dann werden die geil. Active Random. Wird so, er hat mich genommen, weil ich selbst schwarze... Nein, Spaß. Hock würde das nie machen, oder? Wie groß ist dein... Wie groß ist dein Pepega? Da muss ich kurz mal nachschauen. Ähm... Gar nicht. Vielleicht ein Millimeter. Jetzt würdest du schwarzen. Also, also jetzt... Ich... Ich hab noch nie Pilz. Ja, ihr wisst schon gesehen, also... Ich schätze so... Oh, keine Ahnung, 12 Zentimeter? Also, ich... Hab 18 bis 20 Zentimeter. Also, wenn ich eine Latte markiert habe. Warum redet ihr gerade darüber? Will Menschen noch mit auf den Weg geben? Leute, wenn ihr schwul seid, habt Angst, davor euch zu outen. Weil Schwul sein ist eine Krankheit und ansteckend. Bleh. Wer hat hier überhaupt überredet dazu, das zu sagen? Frag einen... Schwul. Jetzt zum nächsten Video. Und hier... Ja, das war's mit dem Video. Und ja, ciao. Ich wollte noch mal eine kurze Reaction machen. Danach geht's weiter mit dem Best-Offs. Ich verlinke das Video unten in der Videobeschreibung. Und ja, haltet den Ball richtig flach. Ja, alle, alle, alle hatten nachts, bis ich kam. Ich falle, falle, falle. Ja. Und ja, alle, alles. Das war's mit dem Musik. Bis zum nächsten Mal.